Hallo und herzlich willkommen liebe Minecraft-Take-It-Together-Freunde. Hier ist wieder euer Ruby, dabei wieder der Chrissy alias Lappen2001. Gut, wir haben uns sehr lange nicht gesehen. Ich habe ihm so einiges gezeigt, was wir hier gebaut haben. Finde aber unsere Farben nicht mehr, muss ich noch mal unser letztes Video angucken oder vorletztes oder was auch immer. Ja, wie gesagt, wir gucken, geht es erstmal hier rum. Ich stelle die Rand-Distance noch auf ein bisschen höher als normal. Und während sich das hier aufbaut, mit ganzen 30 FPS, ich bin begeistert. Gut, planen wir, was haben wir denn heute zu tun? Wir könnten unten eine Mine weiterbauen, wir könnten ja mal diese Mine ausbeuten. Meinst du nicht? Die ich dir vorhin gezeigt habe, diese Höhle. Ich glaube, das ist eine sehr gute Idee, weil da echt mal richtig viel war. Na, dann machen wir das doch einfach. Haben wir eigentlich schon Eisen da? Ich habe hier noch eine Kiste hingebaut und ein bisschen Eisen gelagert. Na komm, du hast genügend Spitzhacken. Warte mal, ich mache mir gleich mal noch, ich habe nur drei Steinspitzhacken, beziehungsweise zweieinhalb. Ich mache mir mal noch welche, weil die gehen echt schnell runter. Okay, warte, ich gehe schon mal runter. Ich warte dann mal kurz auf dich dann. Ah ja, klar, ich bring dir mal einer mit, ne? Äh, Essen hast du genügend? Jo, warte, warte. Also ich habe jetzt 16 Steaks noch dabei. Äh, Chrissy, das ist meine Kiste. Ja, ich nehme das zweite Steinschwert noch raus. Die Vögel sind irgendwie so laut, ey. Hm? Das ist echt nervig, dass man die Vögel nicht leiser stellen kann für irgendwas. Nein! Ach nee, schon wieder ausgetimt. Ja, naja. War das schon fast wieder? Hoffentlich. Du weißt ja, wo es lang geht jetzt mittlerweile, ne? Ja, eigentlich, Alter, ey. Als wir die erste Folge gemacht haben, da war ich jetzt so verpeilt, das ist nicht immer noch, aber schlimmer als jetzt. Aber jetzt ist es dein PC, der so verpeilt ist. Boah, immer, wenn sich jemand anmeldet, rasseln da 50 Zeilen hier erst mal durch den Minecraft-Server. Aber ich habe den ja rechts auf meinem Bildschirm offen. Hallo, da oben? Hm? Kommst du? Kommst du? Äh. Warte mal. Ja. Warte? Also ich kann auch sagen, Alter, eben, wirklich, dieser Computer ist so sch***, bitte nehmt es mich übel. Nein, 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 ich denke, das tut niemand, nein, 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 nein. Ich hoffe. Was? Du hast oder du hast? Ich hoffe. Achso. Ich hoffe. Achso, jetzt, ja, mhm. Ja. Ich bin ein Blitzmerker. Es werden einige von euch. Ach, ich bin geschollt, das ist ein Neu-Gang. Ich habe genügend dabei, komm einfach runter, komm einfach runter. Das reicht für Jahre, was ich hier habe. Okay, okay, okay. Okay. Ich muss die Randalistenz mal noch ein. Das normale reicht doch, wisst ihr, Leute? Aber irgendwie will gerade mein... Warte, bevor du das da oben abbaust, müssen wir hier was davor machen, damit hier nichts reinfällt, willst du? Hm. Jetzt können wir abbauen. Achso, ich bin da leider. Du kannst ja schon mal weitergehen, ich baue das hier kurz ab. Hier weiter. Äh! Das war meine. Ah, verdammt, ich muss da eh noch nach da oben, um das Zeug zu holen. Hä? Hatte ich das Ding nicht eben abgeruht? Egal. Wir brauchen auch Stein, also falls du mal einen... Block, äh, einen Stein mehr abhacken musst, ist nicht schlimm. Wir brauchen für unseren Hausbau, unser wunderschönen Industrielagerhalle noch einiges was. Ja, Kohle brauchen wir für Generatoren. Und wir wollen ja jetzt auch bald anfangen, die ersten Maschinen eben zu bauen. Darum geht es ja eigentlich. Aber diese Mine ist unglaublich, deshalb muss man die einfach mal ausnehmen. Jo, in das Spiel du es gerne hast, du die gefunden hast. Naja, ihr habt ja schon in den Videos gesehen, was zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, noch nicht fertig ist. Dass ich hier bei Erkundung dieser Mine einmal gestorben bin. Aber du, Chrissi, weißt das noch nicht. Ja, ich durfte, ich habe das Ganze dann in Zeitraffer, ich bin dann in Zeitraffer hier wieder zurückgerannt, war eigentlich auch ganz lustig, aber ich habe mich geärgert, wie, naja. Zum Glück hat man nicht gehört, wie ich das gesagt habe. Hä, geht das immer so langsam abzubauen? Ich dachte gerade nicht. Also bei mir geht es relativ schnell. Naja, ich hatte gerade was, das hat es irgendwie total langsam abgebaut, da habe ich schon gedacht, das ging gar nicht mit der Steinspitzhacke abzubauen. Ich habe gerade so eine Kohle-Order gebunden. Du kannst dann ja, wie viel Eisen hast du jetzt schon? Ähm, sechs. Okay, dann gebe ich dir gleich mal meins noch dazu und dann kannst du ja mal schon ein paar Öfen bauen und mit der Kohle ein bisschen Eisen schmelzen, damit wir uns gleich Eisenspitzhacken noch machen können. Wir sind sehr rückständig für den achten Part. Aber bei unserem riesigen Haus dort, also wir wären wahrscheinlich schon bei zwölf Parts oder so, hätte ich nicht eine Zeitraffer gemacht. Aber ich muss mir merken, eine Zeitraffer von vierfach ist echt zu schnell. Also da, bluh, 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 da hast du danach echt Kopfschmerzen, so schnell ging das. Okay, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber... Soll ich, soll ich ein bisschen Kies mitnehmen? Ach, hier hinten ist das Ding. Ach, Ivo, Kies. Kies habe ich genug zu Hause. Der war so flach. Soll ich gerade ein bisschen Stein abbauen? Ja, pass auf mit der Lava, ne? Oh, jetzt bemerkst du es, jetzt bemerkst du es. Ich versuche schon immer so ein bisschen Acht zu geben. Ich glaube, das wäre nicht so toll. Ich komme Wasserfall nicht hoch. Ich bin einfach zu lahmarschig. Traumschiff-Surprise. Verdammt. Ich kann mich einfach nicht dran gewöhnen, dass ich hier mit Shift sneaken muss. Ja, du kannst auch so hochkommen. Ne, das kriegen wir nur andersweitig ab. Oder? Du kannst ja hier hochkommen, ne? Ja, ich weiß. So viel Mindflips kann, das habe ich dann auch schon. Ich probiere es. Ich gehe derweil mal wieder runter, ne? Ah! Ich habe mir einen Knochen gebrochen, aber wieso das denn? Oh, oh, Achtung da, ganz oben steht ein Creeper. Ich weiß nicht, ob du den siehst. Ich glaube, er hat dich im Visier, aber er traut sich, dich runterzuspringen. Ich... Oh, er kommt. Er kommt, Achtung, wenn der runter springt. Du musst mal hochschwimmen und ihn runterschubsen, denke ich. Oder ich mache das schnell. Ja, warte. Du musst ihn mir dann... Ist er unten? Kriegst du? Ja. Und ich dachte schon, ich müsste jetzt hier wahlweise mein oder dein Testament machen. Ist hier oben noch Kohle? Ist das Kohle? Das ist Kohle. Ich beute mal hier oben aus. Du kannst ja mal an diesen Seitenzweig da weitergehen, wenn du willst. Oder du kommst nochmal mit hoch. Zwei Ende Augen haben wir bis jetzt. Ich weiß gar nicht, ob man das im Livestream gesehen... Äh, Livestream. Was sag ich Livestream? Meine Fresse. Ob man das in der Zeitraffe gesehen hat, dass ich da, äh, ja, Viech gefehlt habe gegen die ganzen Enderman-Männer. Hier oben sind Viecher. Was? Oder? Frag dich nur, wo die herkommen. Warum hast du mir das Eisen geschnitzt genommen? Ja. Moment. Da kommt ein Zombie auf mich zu. Hm. Eisen? Zombie. Eisen? Zombie. Eisen? Zombie. Eisen! Ich hätte mich für das Eisen entschieden. Ja, bei dir war ja auch kein Zombie mehr da, ne? Ja, okay. Ich, ich, ich gehe auf Risiko und du kannst, ganz, dass das irgendwie so diese typische Fräulein wird. Und, ja, wie heißt das? Ja, es ist halt meine Art. Ganz bestimmt. Sag mal, wo bist du denn jetzt schon wieder hin? Ich sehe nur deinen Namen dort zwei Kilometer weiter unten. Und da habe keinen Plan, wo du da bist. Sind hier noch Rohstoffe? Ja, das dauert nicht so lange zum Abbauen. Was ist da unten? Threadstone. Ja, das kannst du eh, das kannst du eh nur mit der Eisenspitzhacke abbauen. Wenn du das versuchst mit der Steinspitzhacke abzubauen, dann verschwindet der Block einfach. Und Threadstone, da sollte man vorsichtig sein, das braucht man nämlich wirklich sehr. Stimmt, ich habe erst bei einem Stück. Ja, das braucht man. Ah, dieses M. M? Ich wollte mich erst an den Threads Auspekt, aber kann man gewinnen, leider. Das tut mir echt leicht. Ja. Ich habe wieder ein Zappel zu einer Eisenspitzhacke. Oh mein. Lesen hilft auch weiter, aber okay. Ja. Ja, aber das ist halt meine Art. Ja. Alles Ausreden. Ich glaube, das sage ich. Ich sage die ganze Zeit dieses Ja. Dieses langzarten Leicht. Das kommt einem vielleicht gleich. Sag mal, wo bist du denn jetzt schon wieder? Sag mal. Ich bin in der Hölle. Oh, schade, hier ist nicht mehr. Aber jetzt bin ich schon wieder beim Aufgang. Ah, hier ist noch Zeug. Und da hinten war gerade noch ein. Was mir gerade so einfällt, was vielleicht ganz interessant ist, würdest du dir vorstellen können, Minecraft mit den Controller zu spielen? Weil das ist jetzt meinetwegen auf der Xbox. Ja, das war so einigermaßen. Oh Gott. Sag mal. Bin ich so beschränkt, oder? Warum? Was ist das? Na ja, hier ist so ein Lavafluss und ich will den natürlich stoppen. Und was mache ich? Ich setze natürlich einen Eisenerz hin. Um das Ding. Ah. Oder was auch immer für einen Erz. Aber es war auf jeden Fall sehr... Hast du einen Teil der Hölle, wo du noch nicht warst? Ja, dann freue dich. Du darfst alles behalten, was du findest. Diesen Abschnitt der Hölle habe ich auch doch gar nicht erkundet hier. Alter, was ist das? Recht kurzer Abschnitt. Nichts. Das Nichts. Das ist gar nichts. Ja, dann bleib ich doch lieber in meinem Höhlenabzweig hier. Da ist wenigstens ein Haufen was, ne? Der Vorteil ist, wenn wir jetzt Minen gehen, da können wir uns dann später schön auf die faule Haut legen und naja, du wirst schon. Und können Maschinen bauen ohne Ende, bis wir dann irgendwann merken, oh, keine Rollstoffel mehr da. Müssen wir mal meinen gehen. Brauchen wir es selber? Silber? Was? Ne, solange du es abbauen kannst, einfach mitnehmen. Mach mal weiter. Wird sich schon herausstellen. Also für irgendwas wird man es sicherlich brauchen. Für was weiß ich jetzt ad hoc auch nicht. Bei ad hoc muss ich immer an ApoC denken aus Matrix. ApoC, wir brauchen die Position. Ich hab's gleich. Lokalisiert. Alter. Ich hab vor allem jetzt mal, ich bin ja Brillenträger und eine alte Brille von mir gefunden. Und der sehe ich so behindert. Ich sehe da aus wie der eine aus Matrix. Das ist so eine Sonnenbrille. Das sieht so schlimm aus. Aber eine Sonnenbrille, die bestimmt geil aussehen würde, ist die von hier Morpheus. So eine Aufstecksonnenbrille. Das ist einfach die geilste Sonnenbrille der Welt. Ich hab's gehört, rechts von mir irgendwo, aber ich komm gleich mal und versuch deine Rohstoffe zu kriegen. Ich hoffe, du hattest den... Oh Gott, ich hab keine Ahnung. Du musst zu mir kommen, du musst zu mir kommen. Ich hab keine Ahnung, wo du warst. Äh, ich bin bei dem Lavafluss gewesen. Und bei der Lava ganz am Anfang. Ich der zu? Schon bei der zweiten Lava, wo wir waren. Das müsste ich sein. Ja, ich probier dich zu finden. Hast du bei der Minimap den Deathpoint aktiviert bei dir? Ach, da oben kommen die Monster raus. Ob du den Deathpoint bei dir aktiviert hattest? Das kommt mein Lava. Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Mal schauen. Hä? Hä, wo warst du? Ich bin hier beim zweiten Lava. Ach, hier. Aha. Alter, ich komm nicht mehr auf den Server drauf. Gar nicht mehr? Nee. Hä? Alter. Ich kotze halt. Wirklich, diese Folge ist... Wieso kommst du überhaupt nicht mehr auf den Server drauf? Nein, wirklich. Es fängt an, kurz an zu laden und dann war's doch. Äh. Ja, ich sehe auch gerade, dass... Ach, Scheibe. Ich baue mal eben eine Truhe, verfrachte dann ganzes Zeug da rein, starte dann den Server neu und... Und hoffe einfach mal, dass hier keine Monster ankommen. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Warte gleich. Vielleicht bin ich wieder da. Vielleicht bin ich wieder da. Und... Oh, ich bin wieder da. Oh, ich bin wieder da. Ich bin mega bagus. Derственный Teil.